Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute auf direkt noch ein Ticket und heute haben wir das Spiel Rise of Kingdoms Lost Crusade. Irgendwie so. Viel Spaß. Musik Okay, und da sind wir und ich weiß nicht, was hier los ist. Ist er abgestürzt? Nee. Es ist zu langsam heute. Aber wirklich alles heute langsam. Ah, gut. Einmal alles abkassieren hier. Forschung abholen. Die Leute abholen. Oh. Gleich schnell einkaufen gehen, bevor die Frau wieder weg ist. Einmal das kaufen. Oh, die brauche ich hier. Ach. Geschwindigkeit brauche ich nicht. Das auch nicht. Einmal gratis wechseln. Holen wir. Holen wir. Holen wir. Holen wir. Nicht mehr. Okay. Dann schon mal die Sachen abholen. Mein lieber Scholli. Die Tages-Dailys abholen. Geht hier auch schon mal gut los hier. Ich werde so wie immer meine Dailys zu Ende bringen. Aber wirklich. Ich brauche ein Level 10er. Warum ich ein Level 10er mache? Das ist, ich brauche immer Leute zum Heilen. Also, ich brauche verletzte Leute, die ich gesund pflegen kann. Und das sind 50 Stück. Deswegen greife ich Level 10 an. Auf der Hoffnung, dass 50 Verletzte dabei sind, die ich heilen kann. Beansprochen. Beansprochen. Und hier nachschauen. Hier nachschauen. Hier nachschauen. Dann ist der rote Punkt hier jetzt auch weg. Wenn die da noch kämpfen, könnte ich schon die nächste Quest anfangen. Besiegt. Ich habe gewonnen. Da. Und wie viele Verletzte habe ich? 55 Verletzte. Hat doch gepasst. 10.000. Und da benutzen wir aber erstmal den hier. Einmal benutzen. Und danach. Okay. Sind die auch heile? Heile. Geheilt. Heilig. Steinbruch-Sunahme. Aber auch. CB. Und dann benutzen wir. Dann geht das Sammeln ein bisschen schneller. Weil es sowieso eine Quest. Holz. Das ist jetzt erstmal nur die Herstellung. Das Sammeln kommt gleich nach. Das wird das hier. Sammelverbesserung. Acht Stunden lang verbessertes Sammeln. Perfekt. Kann ich vergessen. Kann ich vergessen. Recruiten muss ich suchen. Öffnen. Von denen insgesamt fünf Stück. und das geht immer alle fünf minuten zum ende wenn ich nichts mehr machen kann werde ich die schlüsse benutzen aber bis dahin erst mal gucken haben wir auch dickfeste dailies so wir haben das sammeln verbessert dann können wir jetzt 10.000 davon sammeln brauche ich ja nichts da suchen ist genau dem anzehner 100 oder 10.000 10.000 das war schon richtig ich gerade hier 400 10.000 ich brauche 10.000 antraglastig bei 200 das ist gut sie alleine kann 20.000 tragen ach da sind da noch reiter mit dabei deswegen 10.000 ich mache 11.000 raus ich weiß gerade nicht ob ich in ein gegnerisches gebiet drinne bin aber kurz gucken hier geht es weg da ist gegner schlussgebiet weil wenn ich hier drin wäre müsste ich mehr farmen weil ich muss dann sozusagen eine gebühr abgeben weil ich in dem königreich was gefarmt haben soll ich ganz gut gemacht gefällt mir so mag ich solche spiele hier nicht so wo mich jeder angreifen kann aber das soll uns jetzt gerade nicht stören so das war zwar jetzt gibt es hier kein holz in der nähe was ist das da wo ein geschenk ach da steinbruch was ist das hier kann ich war schmuck 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 aber ein steinbruch wie viel brauche ich von steinbruch schnell mal gucken rocks 7500 also mache ich da mal 8000 aus brauche ich von nicht 8000 aber aber das auch danach fehlt noch holz das kann ich gerade nicht machen andere leute helfen es braucht niemand hilfe ja was kann ich dann noch machen talentierte handwerke das ist gut gut rausgesucht nur eine minute 30 sekunden dann habe ich schon sind schon fünf minuten vorbei noch nicht aber das ist doch nicht das dauert gar nicht und dahin ein talentierte handwerke öffne silbertrude eine habe ich schon sind schon fünf minuten vorbei noch nicht aber das ist gut wenn wir mal ein charakter aufleveln ich probiere ja mal den schlechtesten aufzulösen fünf stück eins noch 3000 eins noch 600 zwei entsprechend die Michael ist du sie sie be ...entwickeln. Okay. Jetzt geht's zumindest bis... ...dann die Randwerker ist fertig. Bis 20 geht die nette Dame jetzt. Was schlägt er mir vor? Bauen. Okay. 3 Minuten. Ach gut. Ein bisschen Geld abholen. Hier. Ich habe zwei Schrifträume benutzt. Habe ich nicht drei benutzt? Egal. Drei Stück Fehler ist noch. So. Eins. Zwei. Okay. Schön. Da geht es auch bis Level 20. Ha. 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 Okay. Talent. Gut. Und da brauche ich noch einen. Da machen wir den auch gleich voll, würde ich sagen. Nein. Nein. So. Haben wir den auch voll. Talent. Oh. Das ist ein Farmer. Das ist gut. Holz. Stein. Gold. Gold. Gold kann ich sie so noch nicht. Dann gehe ich erstmal hier auf Stein. Um dahin zu kommen. Oder? Ne. Doch. Nice. Damit haben wir... ...die nächste Quest fertig. Holz. Holz. Nochmal kurz suchen. Holz. So weit weg. 10.000 waren das. 11.000. So. Oh. Hier ist ein Geschenk. Nein. Habe ich das abgebrochen jetzt? Nein. Nein. also. Okay. Schnapp geholt. Das eine. Dann machen wir nochmal zwei Kämpfe. aber nicht mit dieser da sind mir so viele andere einheit in der nähe ich würde sie gerne wechseln gegen linia. ich hoffe das war jetzt der richtige. man macht damit die sperrerieks herumschreit. verinfiziert werde ich gleich geschmissen äh mein ranger das wird sie. finanzberater wird sie will nicht. wenn er nicht will, dann will ich auch nicht. ha ich kann jetzt nicht weiterspielen ich muss das machen das obwohl alles so langsam heute so viel ist. ich glaube das wird nichts mehr. gut dann wende ich mal das spiel zehn minuten sind ja glaube ich vorbei und ich sage vielen dank für zuschauen. ich würde mich freuen wenn ihr noch mal den nächsten mal dabei seid. bis dahin mit euch viel spaß und auf wiedersehen. dann Bis zum nächsten Mal.